Hallöchen und Willkommen. Guten Morgen bei The Forest. Alter, ich wird müde, wenn du gehst. Wenn es wirklich geht. Es steckt an. Alter. So, noch ein lecker Kanickel. Och. Und ab geht's. Joa, dann fangen wir heute mal richtig anzubauen, oder? Hm. Oh Mann, komm. Sorry. Jetzt kann man endlich richtig durch diese Tür gehen. Pass auf, dass du nicht meinen Baum abhackst, gell? Ne, ich pass auf. Huch, war das dein Baum? Nein. Warum liegt hier ein Topf rum? Ja. Aber irgendwie sind das mir viel zu kleine Bäume zum Teil hier. Jetzt kannst du mir nur schnell zwei Teststämme runter... ...bleiben. Teststämme? Aber klaro. Wir kommen zwei Teststämme. Klong, klong. Yes. Hält? Ja. Sehr gut. Dann säg ich mal weiter. Ja, Siegi, gell? Oh Gott. Das kann dauern. Ich geh auch mal schnell raus. Stöckchen sammeln. Oh ja. Stöcke brauchen wir. Stöcke. Da, noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Ich freue mich just auf den Moment, wo wir endlich das Dach fertig haben. Ja. So, Hasenfalle ist auch wieder aktiviert. perfekt und es fallen bäume ohne ende ja wie war das noch mal mit dem wir haben wir haben wald wieder die lange ja das ist immer so die frage bei uns ja wir haben halt immer so ambitionierte großprojekte die meisten stämme kommen ja eigentlich noch immer bei der anderen basis ja oh mein gott das wird aber lange dauern ja auch immer so ein paar dudes ja gell uns hat lange keiner besucht in den fallen das hätte man gehört ja ja das hätten wir gehört es kommen immer mehr ich freue mich wenn der pavillon auch mal fertig ist ich glaube der pavillon pavillon der wird auch noch ein bisschen brauchen oh gott hier sind so viele stämme das kannst du mir net erzähle ich frage mich noch immer warum damals alle sachen despawn sind jetzt fällt der rotz hier trotzdem rein habe ich mir schon fast gedacht ist echt blade aber ich habe hier einen teil von einer alten pistole gesammelt ich habe jetzt drei teile hier oben bei mir du schnell noch mal gebäudeschaden an äh klaro ganz kurz ganz kurz ganz kurz ist an wir sehen sorry dann kommt die ganze zeit was runter und ich sehe gerade wie du da rumstocherst sorry ach du okay kannst wieder ausmachen jupi super ja bitte fallen die wieder alle rein ja ob mit oder ohne zaun die machen immer die biege oh ich habe mich angemalt ich habe gerade was gehört aber es war nichts böses das treppchen wäre fertig juhu ja das geht eigentlich recht flott ne ja 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 dann haben wir noch ein pavillon viele stemmen es werden immer es werden echt immer weniger also viel weniger tatsächlich gedacht es würde länger dauern treppes fertig was ist fertig was was haben wir noch fertig gebaut treppe und zwei schädel fehlen uns noch für die schädel lampen die zwei oh ja die müssen wir mal ne ich will hier mal leute erledschen aber bisher wie gesagt kaum besuch ne aber ist am strand deutlich mehr los oh ja da ist richtig rambazamba am ende chillen die noch alle am strand so oh endlich sind die weg ja jetzt können wir endlich voll low up chillen wollen wir kommen vielleicht kommen noch mehr ja pavillon ja okay Errungenschaft freigeschaltet you should be looking for timmy anstatt pavillos zu bauen ja der pavillon ist fertig oh wie geil you should be looking for timmy ja dafür können wir nichts timmy geht es gut ich bin fest davon überzeugt ja ganz sicher ja Siggi kann uns doch keiner erzählen dass es dem schlecht geht ne die netten nachbarn haben ihn mitgenommen für einen moment und ja die wollen ihn schon gar nicht mehr zurückgeben da darf er schöne bilder malen ja gell gerade das darf er oh der sieg ist wieder leer weißt du bei uns durfte der das nett aber jetzt auf einmal ne ja man 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 so hui bäume fallen joa also das mit den bäumen ist so ne sache gerade wie viele brauchen wir noch für die decke das dach 184 ok das ist äh ok dann bin ich nicht dann übertreibe ich gerade zum glück nicht ok also ich habe gedacht ich übertreibe gerade sehr mit dem abholzen hier aber jetzt wo ich sehe dass es noch 184 sind Pavillon haben wir Treppe haben wir ja ne dauert nicht mehr lange guck mal nico ich habe einen stamm gefangen in einem Hasenkäfig ist reingefangen ok sieht aber auch cool aus so Stämme kommen jetzt gleich im Ende mal tüff 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 Vorsicht 2 1 2 1 2 1 1 2 und 1 2 nico mhm da komm achso was hast du da gerade gebaut nico erzähl doch mal ich mach das dach gerade ne ne du hast doch irgendwas in dem Pavillon gebaut achso ja Lampen und ne Bank und so ja das soll ja auch schön aussehen ja ein Pavillon will gebaut sein und eingerichtet sein ganz besonders ja dann haben wir noch ein schön Pavillon guck mal wenn wir Timmy dann rausholen ja dann können wir dem erzählen was wir alles so schönes für ihn gemacht haben ja alles für ihn deswegen hat es ja ein bisschen länger gedauert aber der ist ja den der ist ja den Luxus von daheim gewohnt ja klar guck mal wir haben den so gern wir haben den ganzen Wald für ihn abgeholzt ja wahrscheinlich auch noch nur um ihn zu finden ja ich meine im Dickich siehst du doch nix ne eben das geht gar nicht ne lorich 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 oh ich hab Schwein dabei oh alles ablegen was wir nicht brauchen lorich lorich noch Sachen noch Sachen super gell es wird immer besser mhm 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 so oh Gott da hinten kommt noch mehr da hinten kommt noch mehr oh man wir haben nur lorich 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 wir brauchen Bambis achso für Herausforderung angenommen Nico ist erstmal ne Stunde weg und eh jagt Bambis ne ne erst mal das Dach ich muss dann eh noch Stöckchen holen ok hab mich nur um einen zu hohen Baumbestand gekümmert ja hab ich auch gehört es soll ungesund sein irgendwann für den Wald die nehmen sich ja gegenseitig die Sonne weg naja klar natürlich was glaubst du warum die Bäume nicht größer werden als so ein paar Meter naja die nehmen sich gegenseitig die Sonne weg so ist das halt so ich geh mal kurz raus es kommen neue Stämme wenn du möchtest ja aber du bist ja auf Bambisuche gerade ja ich schmeiß die da nun auf wenn du wieder kommst denn nicht viel Spaß so ich hole mal den viel zu hohen Baumbestand ab der stört er ja auch also mittlerweile das ist so ja Parkplätze müssen halt her du kannst nix machen erstes Bambi hab ich schon juhu das ist aber schnell und Nummer 2 Nummer 2 Bambi ah Bambi sehr gut kann ich noch mehr Fleisch tragen ja moin da noch ein paar Schlöckchen hab ich grad irgendwas gehört ne ne hab ich eben gedacht ich hab irgendwie was trampeln hört aber war nicht dem war nicht so nix so was fehlt mir noch fehlt hier irgendwo noch was ich glaube ich habe den Baumbestand liebevoll zusammen genommen oh oh ich muss mich dringend hinsetzen keine Ausdauer mehr gar keine mehr oh bei mir sieht es nicht anders aus ich trink ah Moment 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 ha ich hab noch ne Energiemischung dabei yeah Powerriegel so eben nächste Ladung kommt jetzt ja ja ich hab gehört das Dach wird heute noch fertig nee ambitioniert sind wir schon ein bissle uch uch sorry die sind irgendwie komisch gefallen und du bekommst Besuch ja jetzt sind die aber hinten im Wald lang gelaufen also da wo die Fallen waren und eine Falle wurde ausgelöst okay jo erfolgreich sind die Falle schon ach ne Moment ohne das Ding kann ich nix machen ba 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 wir haben aber echt also wenn wir noch ein bisschen mehr holzen ne ich Ich frage mich, wie lange das dauert, bis der Wald da nachgewachsen ist, wo wir eigentlich so unser Unwesen treiben. Ja, keine Ahnung. Also, ich hoffe mal, der braucht noch nicht so lange. Nee, wird schon gehen. Ja. Das sind halt etwas längere Wege, ne? Ja, gut. Wat mut dat mut, ne? Uch, der doch passt noch. Grandios. Okay. Uch, bitte drauflegen, danke. Et kommt neuer Besuch. Also, neue, neue Baumstelle. Jo, 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 jo. So. Oh, ich muss langsam was essen. Ja, ich habe auch gerade was essen müssen. Ja. Oh, da bei den Fallen laufen schon wieder zwei Kumpels vorbei. Die haben es aber echt da hinten. Hm, hm. Oh, es hat gerade zugeschnappt. Ich schaue da. Einfach so schnibbeldi-bub, schnapp, schnapp. So, es kommen noch zwei. So. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Uhr wir haben mit dem Spiel. Schade, dass es das nicht gibt hier. Hm. Ne Uhrzeit wäre cool. Uhren findest du ja genug. Ja, genau. Oder halt diese, dass diese Digital-Schrittzähler hier Dönekes da, ne? Dass das nicht... Achso, ja, dass das eine Uhrzeit hätte. Das wäre richtig nice. 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 Nice nicht. Ja, ich guck mal zu unseren Kumpane darüber. Jo, guck mal nicht. Ja, ich habe hier eigentlich soweit den größten Bestand abgehutscht. Nicht. Nacke. Nee. Zuggeschnappt hat's. Aber... Aber... Nja, habe ich mir schon fast gedacht. Was, Mann? Das für ein Geräusch. Was denn? Klang. Was? 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 Ich bin nur runtergerutscht gerade. Oh so. Tja. Ähm... Das brauchen wir noch. Und hier unten liegen noch zwei. Wie es aussieht. Boah, man muss so aufpassen hier. Oh, 77 haben wir schon. Noch 100. Wo denn? Oh ja, doch. Hier liegen drei Freunde. Ach, guck mal. Da haben die sich wohl verirrt. Tja, doof für die, ne? Etwas. Wir bekommen Besuch. Oder? Keine Ahnung. Ich habe eben irgendwas gehört. Naja. Ich hol's mal weiter. Bis wir die Ersten vor die Nase laufen. Vielleicht hat sie. Die fallen dann effektiv. Jede Falle hatte einen. Ja. Das kann sein. Das finde ich gut. Und dann hier noch. Ich muss das gucken, dass ich selber nicht reinlaufe. Ja, genau. Aber das haben die fallen so an sich. Hier ist echt eher gut bei uns. Alle rennen sich ja auch ein Richtig für uns. Aber hier? Ja. Du checkst das echt gar nicht. Nö, gar nicht. Aber es ist gut. Ah. Ha. Wo ist die denn? Mich hat eben noch Holde Maid angebrüllt. Ich habe ja auch gehört. Die kommen bei dir, glaube ich. Oder? Nee, die kommen bei mir vorbei. Hallöchen. Ich habe einen Bambi getroffen. Die rennt um den Baumstamm. Oh, ich habe die fast getroffen. So aus Versehen. Kann man jemanden aus Versehen treffen? Na komm. Ich habe noch Baumstämme. Ganz viele. Okay. Du hast doch Bambis gebraucht, ne? Ich habe noch eins. Das ist gut. Der ist sehr gut. So. Und das hier. Achso, du schickst die schon runter? Ja, ich habe die gerade am Boden gesehen. Das ist perfekt. Oh Gott. Es wird so dunkel. Ich sehe nichts. Ja. Ich muss gerade gucken. Hier müssten noch irgendwo... Ja. Ich hatte ja noch eine Holdemite im Feuer. Oh ja. Ist die so heiß? Oder hast du gerne mehrere Eisen im Feuer? Ah, kannst du die Knochen nehmen, die hier am Lagerfeuer liegen? Äh, ja. Ich komme gerade rüber. Hui. Äh, okay. Falsches Lagerfeuer. Achso, da hinten bei dir oder was? Ja. Ich komme, ich hole. Ich bin flott. Also rede ich mir immer ein. So. So. Passen die nicht in den Korb rein? Doch, ich habe so... Ich habe... Da ist ja der Korb, ja. Passt. Leg sie da rein. Okay. Liegen drinnen. Ähm. Jo, ho, jo. Piraten haben es gut. Ich hoffe, die Holdemite greift mich jetzt nicht an. Das wäre nämlich nicht so cool. Entschuldigung. Könnten Sie mal bitte weggehen? Das ist hier Sperrgebiet. Die rennt die ganze Zeit um den Baum rum. Ich weiß ja nicht, was sie hat. Die flippt ja vollkommen aus. Oh. Ich meine, ich habe sie gehört. Ja. Es war ein Freudenschrei von ihr. Bin ich mir ganz sicher. Hallo. Da war... Da stand noch einer im Wald. Sie kommen. Okay, sie gucken wieder nur. Ha. Juhu. Wollt ihr mal herkommen oder guckt ihr nur zu? Ich glaube, die wollen nur zugucken. Die wollen sich etwas von unserer grandiosen... Verarbeitungstechnik abschauen. Oh. Jetzt habe ich noch einen mitgenommen. Hoch. Na. Nehm den erst mit. Ja, moin. Geht es euch gut dahin? Oder was macht ihr da so? Der guckt mich nur an. Ja, komm ich runter. Ist mir doch wurscht. Sollen die doch machen, was sie wollen. Hui. Au. Hey. Noch 81, dann haben wir es. Wow. Haben wir aber viel gepackt. Ja. Guckst ihr das mal an. Mein lieber Herr Gesangsverein. Und ich habe noch ein Bambi-Fell hier. Wundervoll. Das Pavillon. Das Pavillon. 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 Oh, das wird richtig genutzt. Schon wieder Hunder gefallen. Oh. Und wir haben Häschen. Ich vergesse immer, dass wir Häschen haben. Ja, wir haben Häschen im Stall halt. Ja. Und wir haben Federn. Federn, 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 Federn. Geilo. Ja. Sag mal, wollen wir nicht die Folge beenden? Schon wieder? Ja, es ist schon wieder so spät. Okay. Kannst du keinem erzähle. Aber wir können doch eine Buhung machen. Oh. Dann müssen wir noch zwangsweise weitergucken. Haben wir sonst noch was zu machen? Das ist halt immer so die Frage. Schwupp. So. Hoi. Ich grüße dir. Hallo. Oh. Ich habe noch. Oh Gott. Ich habe noch viermal Fleisch auf Tasche. Ich grüße das Bambi. Nur noch eins mit. Ach Mist. Ich muss einen Fisch mitnehmen. Jezza. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ach ja. Das ist so wundervoll. Aber die sind doch dunkler Ölbaum. Riecht der Link. Mal schauen, ob das schmeckt. Wenn ich die in die Suppenai tue. Und wie sieht es um meine Consciousness aus? Da. Geistige Gesundheit 5%. Geistige Gesundheit 5%. Echt jetzt? Mhm. Warum? Keine Ahnung. Ich habe 100. Ich habe 5. Ich habe Stärke von 39,7 und Athletik von 43,7. Athletik habe ich 37, Stärke von 28. Krass. Echt? Ich habe 37 Stärke. Ne. 39,7 Stärke und 43,7 Athletik. Krass. Oh, wir haben fast alle Fische bis auf den weißen Hai. Wobei wir den eigentlich gesehen haben. Und wir haben alle Tiere. Krass. Moment. Wo sind die denn? Wir haben fast alle Pflanzen. Oh, der weiße Hai. Den haben wir doch gesehen. Wir hätten auch nicht schießen sollen auf den Hai. Mhm. Pfifferlinge fehlen mir. Schattenhalm. Ringelblumen. Hä? Aber Ringelblumen habe ich doch gefunden. Giftiger Stäubling. Und Disteln. Hm. Außer der weiße Hai habe ich auch alles sonst. Krass. Krass. Krass, 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 Alter. Ja. Ja, und dann fehlen uns noch die ganzen Höhlen nochmal. Xander. Dankeschön. Ach, dankeschön. Hab gerade genießt, hab aber mich gemutet. Aber was kann man in den Höhlen? Ja, so einiges haben wir noch gar nicht gefunden. Ja, anscheinend. Aber was, frage ich mich. Ja, das würde ich mich auch gerne fragen. Jetzt stimm mal ein bisschen Wasser mit. So auf Tour. Joa, können wir schlafen? Hm, fast. Aber wir können die Folge beenden und dann schlafen gehen. Aber sowas von. Also wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Junge. Und dann. Und dann. Tschüss. Und dann. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020